19 Zoll IPS LCD Display mit einer physikalischen Auflösung von 1280-1024, ein quadratischeres Bildformat von 5 zu 4, 1000 zu 1 Kontrastverhältnis, 178 Grad Betrachtungswinkel und dickem Kalibrierung im Werk. All dies macht diesen Monitor besonders geeignet für die digitale Subtraktionsangiografie, auch gut für allgemeine Röntgenbilder wie mobiles Röntgen und C-Bogen. Außerdem bietet das Farbdisplay mehr Kompatibilität mit verschiedenen Anwendungen, ausgestattet mit vier physischen Gummiknöpfen und Benutzer können das Menü leicht bedienen, ein VIP-Schalter im unteren Rahmen, der die Stromversorgung zur besseren Sicherheit vollständig abschalten kann. Der Monitor verfügt über drei Anschlüsse, DP, HDMI und DVI-D. DVIA und VGA können auch mit einem optionalen Adapter über den DVI-Anschluss angeschlossen werden. Der Monitor mit Multifunktionsständer. Höhe und Neigung des Monitors sind einstellbar. Ständer kann leicht entfernt werden, mit 100 mm 100 mm VESA-Halterung. Yusha R193, medizinischer 1MP Farbmonitor.